Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid und heute bin ich nicht alleine, heute habe ich den Michael dabei. Hi Michael. Hallo. Denn wir haben heute für euch was ziemlich cooles geplant, nämlich ein neues Crossover-Format zwischen Landsquid, Birdrider und Coffee Cake & Games. Falls ihr Coffee Cake & Games noch gar nicht kennt, falls euch das noch kein Begriff ist, das ist ein Podcast, den ich jetzt schon seit zwei Jahren fast, oder? Mit Michael gemeinsam. Eineinhalb Jahre erst. Ah ja, mit Michael gemeinsam mache, wo wir wöchentlich, also mehrere Folgen sogar wöchentlich über die verschiedensten Videospiele und Videospielthemen reden. Dort findet ja aktuell zum Beispiel auch ein sehr cooles Projekt, in dem wir Resident Evil 4 sehr detailliert auseinandernehmen, unser Let's Dive Into. Das werde ich euch unten in der Infobox verlinken, das könnt ihr euch gerne anschauen. Wir haben auch letztens eine ziemlich coole Folge über Nächte in Videospielen gemacht und wie die umgesetzt werden, was für Potenzial die bieten und was da genutzt wurde, das verlinke ich euch auch mal unten. Genauso wie wir auch schon über verschiedene Fallout-Teile geredet haben. Alles sehr coole Folgen, sehr hörenswert und hört da gerne mal rein, würde mich sehr freuen. Und jetzt haben wir uns gedacht, dass wir dieses Konzept so ein bisschen erweitern und hier auf den Landsquid Bird Rider Kanal bringen, mit einem Crossover, das sich sehr stark auf Themen fokussiert, die hier halt einfach auf dem Kanal auch vorherrschen und wo auch bei euch Interesse besteht, zumindest im Idealfall. Hier wird es natürlich sehr viel um Resident Evil gehen, um Fallout, um Horror allgemein, um Survival-Horror-Themen und so weiter und so fort. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, das ist jetzt heute so ein bisschen ein Prototyp. Aktuell jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, weiß ich noch nicht genau, wie das Ganze heißen wird. Ihr werdet es dann sehen im Titel und ich denke auch die Rahmenbedingungen oder so der abgesteckte Rahmen inhaltlich von diesem Format wird sich mit der Zeit erst finden. Aber wir haben definitiv vor, dass wir das zu einer Tradition machen, zu einer festen Reihe, dieses Crossover-Projekt. Und genau, heute haben wir uns dazu entschieden, als erstes über Zombies zu reden. Ein Thema, das gerade nicht nur, aber auch im Videospielbereich im Grunde fast allgegenwärtig ist, das auch, denke ich, zu diesem Kanal sehr gut passt inhaltlich, denn fast alle Spiele, fast, glaub wirklich, alle Spiele, über die ich auf dem Kanal öfter rede, beinhalten Zombies oder grenzen das Thema, grenzen an das Thema der Zombies. Und ich habe mir sehr viele Gedanken dazu gemacht und sehr viel zusammengeschrieben und wollte schon lang mal über dieses Thema reden, das wirklich viel zu bieten hat. Und ich bin sehr gespannt, wie das heute wird. Ja, ebenso, ebenso. Ich möchte als erstes so ein bisschen mal drauf eingehen, was denn Zombies eigentlich sind. Weil wir alle haben irgendwie so ein Bild im Kopf davon, wie Zombies aussehen, was sie machen, was ein Zombie zum Zombie macht. Aber wenn man mal versucht, das zu definieren und ein bisschen genauer hingeht, dann merkt man ziemlich schnell, dass mittlerweile in unserer modernen Kultur Zombies zu fast schon einer Kategorie, einem Sammelbegriff oder vielleicht sogar einem eigenen Subgenre geworden sind, bei dem die Übergänge sehr fließend sind. Und ich glaube, wir kommen heute noch zu vielen Punkten, wo man sagt, zählen wir das eigentlich noch als Zombie? Geht das schon zu weit? Hat das noch irgendwas mit Zombie zu tun? Und das finde ich sehr spannend, weil da offensichtlich auch sehr viel Inspiration aus diesem Zombie kommt oder von dieser Idee des Zombies kommt. Ich glaube, so ganz grundsätzlich kann man erst mal sagen, dass halt einfach die Idee, das Konzept von Untoten, wie wir heute sagen, im Grunde glaube ich wahrscheinlich so alt ist wie die Menschheit selbst. Und dass Zombies einfach so ein bisschen ein oder die Idee von Untoten so ein bisschen ein Konzept sind, das irgendwie den Tod begreifbarer macht oder die Unvorstellbarkeit des Todes so ein bisschen weiterdenkt. Da wir es ja in allen Legenden, egal ob es jetzt Vampire oder Zombies sind oder wie wir das auch immer heute differenzieren aus heutiger Sicht, immer darum geht, dass wir ein Wesen haben, dessen Körper noch lebt, während das, was den Menschen ausmacht, im Grunde verloren gegangen ist. Und ich glaube, das ist so die kleinste Definition, die man für so ein untotes Wesen, für so ein Zombie nehmen kann. Ja, also wie du schon sagtest, wir haben extrem viele Zombie-Varianten, schnell gehende Zombies, langsam gehende Zombies. Aber ich glaube, der gemeinsame Nenner von denen allen, also rein, dass sie mythologisch auf dem Wiedergänger basieren, egal welchen Kulturraum wir uns jetzt nehmen. Es ist so, dass das Gegenteil in sich selbst, der Untote, das Ding, was tot ist, aber gleichzeitig lebt. Das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Urangst. Also das Sterben an sich ist ja sowieso was, mit dem können wir eigentlich irgendwie gar nichts anfangen. Das ist sowas Abstraktes und auch irgendwie sowas unvorstellbar Schreckliches. Die nicht mehr Existenz des Selbst. Das ist halt auch eben wirklich so eine in uns tief verankerte Angst. Und dieser Zombie führt uns das eben sehr schön vor Augen. Weil wir haben hier eben auch den körperlichen Verfall ganz stark und auch den geistigen Verfall. Das ist nicht mehr menschlich. Das ist eigentlich schon tot, aber irgendwie lebt es immer noch. Das greift super viele Aspekte auf, die wir ganz natürlich irgendwie beängstigend oder abstoßend finden. Fäulnis und Kannibalismus und eben den Tod. Na, da kommt alles zusammen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, warum Zombies schon immer so populär waren und es bis heute sind. Vielleicht mehr denn je, ich weiß es nicht. Weil einfach so viele Urängste da in einem Wesen komprimiert werden. Das gibt es eigentlich nur sehr selten. Das finde ich ja einen Aspekt noch dazu, was ich interessant finde, wenn wir über das Leben danach sprechen. Was ja zwei unterschiedliche Konnotationen hat, je nachdem welchen Kulturraum wir uns angucken. Denn zum Beispiel im ägyptischen Raum wurden ja Pyramiden wirklich auch für das Leben danach ausgerichtet. Man hat den Leichen halt noch irgendwelche Ressourcen, Güter mit ins Grab getan, auf das sie dann halt im Leben danach halt die Pyramidenstufen nach oben zum Licht wandern. Da ist es halt positiv konnotiert. Versus dann zum Beispiel jetzt im europäischen Raum, Spätmittelalter, da als Vampire halt so ein bisschen diskutiert worden sind, dass man halt Leichen festgenagelt hat in ihren Särgen, damit die halt nicht mehr rauskommen. Also auch dazu hatte ich tatsächlich mal mit dem lieben Artko gesprochen in einer unserer mythologischen Folgen bei CCG. Ich möchte aber noch ergänzen, weil gerade dieser Zombie-Hype ja 1968 vor allem dann auch bei uns so richtig ankam mit Night of the Living Dead, diesem ganz bekannten Zombie-Regisseur, dass du ja noch in diesem Zombie, jetzt mal abgesehen von dem, es ist der Wiederauferstandene, dass wir auch noch viele moderne Aspekte damit reinbekommen, nämlich beispielsweise die Konsumkritik. Das sind halt irgendwelche hirnlosen Leichen, die halt nur noch fressen und nur noch ihren Bedürfnissen nachgehen. Und ich auch gerade auch im Zombie so ein bisschen den Ausdruck von Opfern eines Krieges oder Opfern von Unternehmen halt, die über Leichen gehen im wahrsten Sinne des Wortes, worüber wir später dann auch bei den verschiedenen Zombie-Typen, zum Beispiel bei Resident Evil kommen. Sehr interessante, sehr interessante Figur, dieser Zombie. Ja, diese Konsumkritik vor allem, diese Kapitalismuskritik, die ist ja auch in Night of the Living Dead sehr stark zu sehen oder in den Filmen von Romero allgemein. Der zeigt ja sehr oft sehr gezielt eben Szenen, wie diese Zombies durch irgendwelche Einkaufszentren schlendern, wie sie so durch die Regale gehen. Oder da finden wir auch Aspekte, dass die noch so Tätigkeiten aus ihrem früheren Leben komplett stumpf und geistlos durchführen und Werkzeuge mit sich führen, die sie nicht mehr benutzen können, aber sie haben sie halt so aus ihrem Berufsalltag, aus ihrem stumpfen Alltag mitgenommen. Und man weiß gar nicht mehr, wo beginnt das Zombie und wo hört der Mensch auf so ein bisschen. Der Übergang ist da teilweise fließend. Das finde ich auch sehr schön in der modernen Interpretation des Zombies. Ich finde die Entwicklung dieses Mythos auch ziemlich interessant, weil sowohl in der menschlichen Geschichte allgemein als auch in unseren Medien, in der Popkultur, haben wir immer wieder diesen Zyklus und das finde ich ganz spannend, dass wir das sowohl in unseren Filmen sehen können, als auch jetzt in unseren Videospielen, so ein bisschen im Turbomodus, dass auch die Quelle für Zombies sich verändert hat. Ursprünglich, gerade so im Mittelalter und davor, war das natürlich immer was übernatürlich, was Mystisches und so weiter. Während es dann Anfang des 20. Jahrhunderts hat man so Zombie-Mythen sehr oft auf Aliens zurückgeführt oder Space-Strahlung oder Radioaktivität. Und erst in den 90ern ging es dann eben mit modernen Naturwissenschaften los, dass man eine Veränderung der DNA irgendwie mit Virus, mit Mutagenen oder sowas in Verbindung gebracht hat. Und das bildet sich natürlich relativ eins zu eins in den Filmen so ab. Da haben wir von den ursprünglichen Voodoo-Zombie-Filmen über die radioaktive Space-Strahlung-Zombies hin zu den modernen Virus-Zombies eben alles. Und in den Videospielen können wir interessanterweise diese Entwicklung auch feststellen, habe ich gemerkt. Es ist tatsächlich so, dass das erste Spiel, das rauskam, das jemals Zombies hatte, zumindest von dem wir wissen, damals beim Atari war das alles ein bisschen schwierig, da tatsächlich so Spiele richtig zu katalogisieren. Aber 1982 ist ein Spiel namens Entombed erschienen. Und das gilt so als das erste Spiel, das Zombies in Videospiele aufgegriffen hat. Und hier hat man sich einfach durch so ein Labyrinth, das automatisch nach unten scrollt, durchbewegen müssen, so ein bisschen Action-Pac-Man. Und da wurde man unter anderem eben von Geistern und Zombies verfolgt. Alles natürlich sehr simpel dargestellt. Aber hier haben wir eben ganz klar so diese übernatürliche Komponente der Zombies, die so diese Gräber heimsuchen, die gemeinsam mit Geistern unterwegs sind. Und dann haben wir so Spiele wie Sweet Home und Alone in the Dark, die eben auch eher so einen Cthulhu-Mythos und so ein Geisterhaus-Mythos aufgebaut haben. Und erst 1996 hat dann Resident Evil so ein bisschen die Trendwende veranlasst, dass man gesagt hat, okay, hier haben wir jetzt zum ersten Mal in einem großen populären Spiel einen naturwissenschaftlichen Hintergrund für Zombies. Und das wurde dann im Grunde öfter aufgegriffen. Das hat sich reproduziert. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Trendwende war. Ich weiß nicht, ob man das wirklich auf Resident Evil zurückführen kann. Aber das sieht man eben ganz stark. Da Spiele immer mehr dann auch in eine naturwissenschaftliche Richtung gegangen sind. Und diese übernatürlichen Zombies findet man eigentlich nur noch in Fantasy-Spielen. Wir werden später noch dazu kommen. Was ich halt schön finde, ist, dass gerade so der Virus das populärste Dings ist, wodurch Zombies entstanden sind. Es ist aber auch tatsächlich viele Variationen gegeben. Wenn wir jetzt zum Beispiel an The Evil Within oder Dead Space oder The Last of Us denken. Das finde ich alles total interessante Beispiele. Weil das sind genau diese Punkte, wo man eben sagt, sind das noch Zombies? Und wie weit geht diese Definition von Zombies eigentlich? Weil ursprünglich war ja das Bild von einem Zombie relativ klar eigentlich. Man hat gesagt, okay, Zombies sind langsam. Zombies haben eine stark verringerte Intelligenz. Zombies fressen Gehirne. Und das war das. Verwesende Leichen. Und es war relativ klar und eng abgegrenzt, was jetzt ein Zombie sein soll. Und das wurde ja in den letzten Jahrzehnten sehr stark aufgebrochen und erweitert. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, laufende Zombies, die so ein bisschen durch 28 Tage später populär werden mittlerweile. Und in vielen Videospielen, weil es sich halt auch für Videospiele anbietet, haben wir ja mittlerweile so ein Repertoire an Zombie-Stereotypen, die auch immer wieder gern benutzt werden. Die spuckenden Zombies, die schreienden Zombies, die andere anlocken. Die dicken Tank-Zombies und die explodierenden Zombies. Das sind so diese typischen Stereotype. Und viele Spiele gehen eben ein Stück weiter und interpretieren diese Idee von belebter, toter Materie nochmal ganz neu. Und gerade Dead Space ist da ein gutes Beispiel. Da haben wir eben diese seltsame kosmische Energie im Grunde, die den menschlichen Körper dazu veranlasst, dass er sich komplett neu strukturiert. Und technisch gesehen haben wir hier schon so eine Art Zombie, aber ne, das... Ist Zombie. Ist ein Zombie. Doch. Jaja, aber ich finde, da ist die Definition schon weit gegriffen auf jeden Fall. Ich würde, finde ich schwierig. Wir müssen halt festhalten, was ist jetzt genau die Beschaffenheit, der Zustand des Zombies, du hast es ja schon gesagt, sind sie langsam oder schnell, sind sie aggressiv, agieren sie in Rudeln. Denn dann ist halt für mich nochmal interessant, was ist eigentlich die Ursache, die ist natürlich unterschiedlich, und auch die Todesursache, ne, weil wenn wir jetzt zum Beispiel über Zerstörung des Hirns reden, das ist bei manchen Zombies, reicht das aus, bei anderen Zombies beispielsweise müssen verbrannt werden, oder da muss sogar die Quelle eliminiert werden. Ich finde es auch interessant zu beobachten, das ist an sich so der Standardgegner in Videospielen, sonst sagen wir immer Monster, aber ich würde Zombie auch als ein Monster bezeichnen, ne. Ich würde schon sagen, dass die alle irgendwie miteinander verwandt sind, und auch witzig, ne, dass es ja so viele Zombiespiele gibt, dass sogar Spieler anfangen, ihre Gegner anders zu benennen, nur damit sie sagen, nee, wir gehören dem nicht an, weil Days Gone gesagt hat, nee, wir haben keine Zombies, wir haben ja Freakers, und bei Last of Us heißen sie Infizierte. Und ich möchte nur an der Stelle erwähnen, wusstet ihr, dass in The Walking Dead, wahrscheinlich der Zombieserie schlechthin, eigentlich kein einziges Mal das Wort Zombie fällt, die haben alle ihre eigenen Beschreibungen dafür, ne, die Beißer oder so, und ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist, oder ob das im Original genauso ist, es in Staffel 2 wirklich eine Person gibt, die das einmal sagt, ja, die Schule ist in der Hand der Zombies, und niemand reagiert da drauf. Ich finde es auch interessant zu beobachten, ob solche Universen selber wissen, ob sie das Wort Zombie überhaupt verwenden, und ob sie auch irgendwie quasi popkulturell Bezüge zu anderen Zombie-Medien aufstellen, aber es wird nur ein einziges Mal in The Walking Dead gesagt, Zombie. Das ist mir eben auch schon öfter aufgefallen, dass Spiele schon versuchen, oder eben nicht nur Spiele, Popkultur versucht, das Wort zu vermeiden und irgendwie was Eigenes zu erschaffen, was ich immer ein bisschen albern finde, aber gut. Ich glaube, es ist Shaun of the Dead, aber das ist jetzt nur so anekdotisch, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die machen sich sogar selber drüber lustig, dass in dem Film irgendjemand quasi von Zombies redet, und dann gucken den alle so an, und dann sagt jemand, nee, sag das nicht, sag nicht das Z-Wort, das klingt einfach albern. Aber Freaker ist ja so wenig, so viel weniger albern, ne? Aber ich glaube, da ist Left 4 Dead für verantwortlich, für diese unterschiedlichen Typen von Zombies, ne? Das würdest du jetzt beispielsweise in Filmen, hast du das nicht, dass die nochmal so Unterkategorien haben. Das ist, glaube ich, so ein Gaming-Ding, dass die so eigene Armeen, so eigene Einheiten haben, ja. Ja, es macht ja auch Sinn, ne? Für Videospiele ist es ja wichtig, dass du auch eine Gegnervielfalt hast, und da sind Zombies halt auch relativ dankbare Gegner, weil du da eben mittlerweile so einen breit gefächerten Interpretationsspielraum hast. Und weil es halt auch relativ plausibel ist für dein Universum. Du brauchst halt nicht super viel verschiedene Gegnertypen, die irgendwie auch begründet werden müssen, ne? Sondern du kannst einfach sagen, ja, das sind alles Zombies, die unterschiedlich mutiert sind und fertig. World Building abgeschlossen. Relativ einfach. Das ist halt ein sehr dankbarer Gegnertyp, wenn es darum geht, dass du den relativ frei und für dein Spiel passend interpretieren kannst. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel in Resident Evil, in den klassischen Spielen, Survival-Horror, recht enge Gänge, ne? Klobige Steuerung, hast du sehr langsame Zombies. Weil das ist ein Gegnertyp, der braucht Zeit, bis er bei dir ist, der gibt dir Zeit zu reagieren, ist super wichtig für das Spiel. In einem modernen Shooter, dort Person-Shooter, wird so ein Gegner eher schlecht funktionieren, wenn du größere Flächen hast, wenn der Fokus mehr auf Action liegt, wie im Resident Evil 4 Remake, da brauchst du was, das sich schneller bewegt. Also nimmst du halt Zombies, die sich schneller bewegen, die laufen können, die werfen können, ne? Wenn man jetzt mal die Plagger mit hinter dem Begriff der Zombies rechnen will, was man, finde ich, durchaus auch machen kann. Ja, kann man machen. Und das ist halt ein sehr variabler Gegnertyp, der ist sehr flexibel. Damit kannst du halt wirklich ganz viel machen und kannst den plausibel auf deine Spielart und dein Spieluniversum anpassen. Und ich glaube auch, das ist mitunter ein Grund, warum der so beliebt ist in Videospielen und warum wir so oft Zombies sehen, weil jeder kann sich was darunter vorstellen, man kennt es, trotzdem hast du sehr viel kreativen und gameplaytechnischen Spielraum, wie du mit diesem Gegnertyp umgehst. Und dann gibt es ja noch den Aspekt, dass Zombies leicht zu machen sind, zumindest verglichen mit anderen Gegnertypen, die man in so einem Spiel abbilden will. Zombies haben eine super simple KI, die gehen auf dich zu und versuchen, dich zu beißen. Du brauchst nur ein paar Animationen, du brauchst nur einen Angriff, du brauchst eine einfache Spielfigur verfolgen und beißen KI und der Gegnertyp ist fertig. Und bei Zombies ist das vollkommen in Ordnung. Das kauft man denen ab. Da sitzt keiner davor und denkt sich so, oh, die KI von dem Zombie ist aber ein bisschen schlecht. Nee, Zombies sind dumm, die sind simpel. Eine einfache KI tut es komplett. Aber bei jedem anderen Gegnertyp, und wenn es nur ein Wolf ist, und bei Menschen erst recht, würde einem das negativ auffallen und würde man sagen so, nee, das kaufe ich dem Gegner nicht ab. Was für eine scheiß KI hat das Spiel eigentlich? Wie dumm kann so eine KI sein? Definitiv. Ich glaube, auch ein Punkt, warum Zombies in Videospielen so gerne benutzt werden und so beliebt sind, ist einfach, ich sage mal, so bizarr es erstmal klingt, die Möglichkeit der expliziten Gewaltdarstellung am menschlichen Körper, ohne dass du wirklich Menschen was antust. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der tatsächlich ziemlich spannend ist. Und ich glaube, dass im Grunde Gewalt und auch Gewalt gegen Menschen in uns allen verankert, schon eine sehr starke Faszination ausübt. Das sehen wir in unserer kompletten Kultur der letzten tausend Jahre. Von Gladiatorenkämpfen bis zu Boxkämpfen haben wir quasi so Regelwerke geschaffen, in denen Gewalt für uns akzeptabel wird, damit wir mit gutem Gewissen sagen können und ohne dass wir irgendwie ethische Grenzen überschreiten, so, ja, ja, die Gewalt ist gerechtfertigt und wir gucken uns das gerne an und finden das unterhaltsam. Und natürlich ist auch in Videospielen Gewalt was total unterhaltsames für uns. Gleichzeitig sind wir natürlich soziale Wesen, empathische Wesen und wir sind sozialisiert und wir wissen im Grunde, dass das was Verbotenes ist. Wir dürfen Gewalt nicht gut finden und wir haben auch Mitleid und so weiter. Das hält uns davon ab, quasi Spaß an Gewalt zu haben, wenn es irgendwie Konsequenzen hat. Und der Zombie ist halt deswegen auch so clever als Videospielgegner, weil der entmenschlicht diesen Menschen komplett. Wir haben keine Empathie mehr, wir haben kein Mitleid mehr, weil das sind tote Monster. Das ist eh schon gestorben, das sind Bestien, die unser Hirn essen wollen oder sonst irgendwas, die uns infizieren, die uns anstecken. Und deswegen kann man quasi komplett konsequenzlos und komplett gewissenlos diese Gewaltfantasien ausleben an diesen menschlichen Objekten. Und das sehen wir eben auch ganz stark zum Beispiel am Resident Evil 2 Remake, die eins der schönsten Schadensmodelle im Spiel haben, wo halt wirklich die Zombies aus Haut, aus Fleisch, aus Knochen bestehen. Und man sieht halt wirklich, wie das Gewebe von den Schüssen zerstört wird. Wir haben in Dead Space die sehr detaillierte Zerstückelung. Das ist was, das hat eine inhärente Faszination, ganz offensichtlich auf uns. Aber es ist halt eigentlich irgendwie was Verbotenes. Und dieses Zombie befreit uns von diesen moralischen Zwängen und gibt uns die Möglichkeit, dass wir ohne schlechtes Gewissen sagen können, also das Schadensmodell ist ganz toll und schön und toll, wie da irgendwie das Fleisch zum Vorschein kommt, wenn ich auf den schieße. Würde man wahrscheinlich bei einem Call of Duty, wenn man auf Zivilisten oder sowas schießt, nicht sagen und eher als sehr unangenehm und schrecklich finden, wenn die Gewaltdarstellung in dem Kontext plötzlich so detailliert wäre. Erinnern wir uns aber auch metatechnisch dran zurück, dass ja sogar Resident Evil 2 zensiert werden musste in Deutschland. Also damit der Gewaltgrad nicht zu hoch ist, da hat man es auf jeden Fall noch gemerkt. Ein treffendes Beispiel ist für mich auch noch Dead Island von 2011. Da waren anscheinend die UrlauberInnen noch Menschen zu sehr ähnlich, als dass man denen keine Gewalt zufügen durfte. Und du warst schon recht, beim Remake von Resident Evil 2 redet da keiner mehr drüber, genauso wenig bei Dead Island 2, was ja noch viel, viel, viel brutaler ist. Aber da musste auch so eine kulturelle Gewöhnung halt stattfinden. Und ich denke mal, da war der Zombie auf jeden Fall auch ein, weiß ich nicht, ein Repräsentant dessen, dass halt Videospiele auch einfach mehr Gewalt präsentieren dürfen, ohne dass das halt irgendwelche Konsequenzen mit sich bietet. Weil wir nach wie vor dank Metastudien wissen, dass Gewaltdarstellungen in Videospielen nicht dazu führen, dass Menschen halt zu KillerInnen werden. Ja, genau. Und ich glaube auch, das ist auch eine wichtige wirtschaftliche Entscheidung für viele Spiele gewesen, weil du tatsächlich auch früher schon besser an Zensur in manchen Ländern vorbeigekommen bist, wenn du eben keine menschlichen Gegner hattest. Und so ein Zombie hat da viel geholfen. Die Implikation ist immer noch, wir haben einen Menschen vor uns, wir haben einen menschlichen Körper vor uns. Funktioniert für uns als Gegnertyp besser als irgendwas ganz Abstraktes. Gibt uns ein besseres Gefühl für Trefferfeedback und wir verstehen diesen Gegner sofort intuitiv, seine Fähigkeiten und wie er auf Schaden zu reagieren hat und so weiter und so fort. Aber es ist eben kein Mensch. Und insofern kommt nicht irgendwie die USK oder eine andere Behörde, auch Japan ist da sehr streng oder andere Länder oder Australien und sagt, nee, das geht überhaupt nicht hier, dass ihr hier auf Menschen schießt. Nee, nee, wir schießen nicht auf Menschen, wir schießen auf Zombies. Und es ist ja auch in Carmageddon, gab es ja sogar wirklich den Schritt, dass für den deutschen Markt Menschen durch Zombies ersetzt wurden. Und somit war es okay, dass man die überfährt und zerstückelt. Beziehungsweise waren es in Deutschland sogar Roboter, in anderen Ländern Zombies. Aber ist ja egal. Und es ist halt einfach die Motivation. Erstens, es sind viele. Zweitens, sie greifen mich an. Und ich diene ja wirklich nur noch, das dient ja wirklich nur noch, dass ich überlebe. Deswegen, du hast die perfekte Argumentation. Du hast extrem viel Kanonenfutter. Eigentlich sind alle damit glücklich. Ja, eben, genau. Es sind halt wirklich super geeignete, aus so vieler Hinsicht, super geeignete Videospielgegner. Deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass es in jedem zweiten Videospiel irgendwie in irgendeiner Form Zombies oder zombieähnliche Gegner gibt. Weil du hast halt die Flexibilität, du hast halt die Einsatzmöglichkeit, du hast die Entmenschlichung von intuitiv verstehbaren Gegnern, du hast die Gewaltdarstellung. Es gibt halt so viele Punkte, die Zombies zu sehr dankbaren Videospielgegnern macht. Und ob das jetzt bewusste Entscheidungen waren oder vielleicht eher so ein bisschen intuitives Gefühl von, naja, nehmen wir halt Zombies als Gegner, ist das halt absolut sinnvoll, weil sich das so gut eignet für so viele Videospieltypen. Das macht ja auch einen großen Reiz. Jetzt mal unabhängig davon, dass wir jetzt rein Gamey-technisch ein Wesen haben, das wir umbringen dürfen. Es ist halt ähnlich wie bei einem Krimi. Bei einem Krimi haben wir einen Mörder, eine Mörderin und ein Opfer. Und bei Zombies ist es halt, es gibt diesen Ausbruch. Du kriegst einen ganzen narrativen Faden dazu geliefert, den Ausbruch, die Menschen, die sich dann damit arrangieren müssen. Und dann die große Frage, ob der Hintergrund der Zombies halt aufgelöst wird, weil damit auch gleich wiederum ein Heilmittel zur Verfügung steht. Auch hier die interessante Frage, welches Spiel zum Beispiel dieses Heilmittel in Aussicht stellt und welche Spiele komplett darauf verzichten. Beispielsweise The Walking Dead ist der Ursprung des Virus immer noch sehr, sehr unbekannt. In den meisten Spielen kommen wir dahinter. Und gerade so was zum Beispiel wie bei Dead Space finde ich es interessant, weil es gar nicht so einfach zu ... Also je mehr man Zombies konsumiert, desto komplexere Sachen erwartet man auch. Und Resident Evil lasse ich das komplett durchgehen. Ich finde, Lies of Us hat mit dem Cordyceps-Pilz eine interessante Dings. Aber ich finde so, die kreativste und interessanteste Lösung ist halt Dead Space. Weil da machst du dann halt einen ganzen Krimi auf, zu verstehen, woher die eigentlich kommen. Und dadurch, dass das so kompliziert ist, ist es auch unglaublich schwierig, das überhaupt aufzuhalten. Also Dead Space for the win in dieser Stelle. Ich finde halt auch ... Also ich meine, das erste Resident Evil vor allem, dem darf man jetzt wahrscheinlich nicht so die Last der großen Narrative auf die Schultern legen, wenn man sich anguckt, dass welcher Zeit es kommt. Es waren die ersten, es waren die Pioniere. Genau, und da war ja im Grunde aber auch schon dieser Krimi mit drin. Es gibt diese Monster in den Wäldern und es gibt plötzlich diese Zombies in der Villa. Und wo kommt das alles her und was ist da los? Das war natürlich auf einem ganz anderen Niveau als jetzt ein Dead Space oder auch ein The Last of Us. Aber das hat ja schon auch quasi diesen Krimi aufgemacht. Wir spielen ja nicht umsonst einen Polizeiraid auf einem geheimes Untergrundlabor und so weiter und sammeln Informationen und finden Tagebücher, die uns Hinweise geben. Das hat das schon auch versucht. Also das ist schon auch da mit drin. Ich fand das bei Walking Dead, das du angesprochen hast, noch ganz interessant, weil, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es in den Comics, glaube ich, nie auch nur eine Erwähnung, was eigentlich die Ursache von dem Ganzen ist. In der Serie haben sie in der ersten Staffel diese Szene eingebaut, wo irgendwie dieser Wissenschaftler so ein bisschen erklärt. Aber ich glaube, in den Comics ist die Ursache einfach komplett ominös, komplett verschleiert. Und wir wissen in dem Universum eigentlich gar nicht, ob es jetzt ein Virus ist oder ob es sowas Übernatürliches ist, wie die Hölle ist voll und deswegen müssen die Toten auf der Erde bleiben, so ungefähr. Es ist menschengemacht, das weiß man. Und es wird vermutet, dass das Ganze aus Frankreich kommt. Aber auch das, finde ich, ist gut. Es wird einfach komplett offen gelassen, weil ich halt gerade auch so Zombiesachen langweilig finde, wo es halt um das Heilmittel geht. Ich finde, es wird bei Last of Us noch ein interessanter Kniff draus gemacht, aber auch dem werfe ich eigentlich vor. Ich finde, Zombie-Welten brauchen nicht immer nur dieses Narrativ. Wir müssen eine Heilung finden, sondern ich finde auch gerade interessant, Zombie-Welten nehme ich mittlerweile so ein bisschen als den modernen Western auf. Und es geht um, also einfach umgedreht, beim Western war es so, wir sind in ein wildes Land, versuchen uns da zurechtzufinden. Wir können keine Zivilisation aufbauen, die halt permanent immer wieder umgestürzt wird. Die Gewalt ist halt wirklich hinter sehr, sehr dünnen Ketten verborgen. Und ähnlich ist es halt bei Zombies, weil damit ist ein bekanntes Land zu einem eher noch unbekannten Land geworden. Aber es geht schon wieder um das Gleiche. Ressourcen finden, Diplomatie, über Überfälle. Und ich mag einfach das Setting und ich brauche da keinerlei Auflösung drum. Das fände ich langweilig, dann wäre es ja wieder vorbei. Und das ist also eines der spannendsten Universen, mit denen man sich gerne in der Kunst beschäftigt, aber auf denen man keinesfalls im realen Leben sein möchte. Ich finde, die Suche nach dem Heilmittel wird in der Buchvorlage von I Am Legend sehr cool nochmal neu interpretiert und wirft einen sehr interessanten Gedanken mit rein. Weil in dem Originalbuch, auf dem der Film, den wahrscheinlich die meisten kennen, basiert, geht es auch mehr oder weniger um eine Zombie-Apokalypse, wie es der Film darstellt. Aber noch nicht so mit diesem typischen modernen Zombie, sondern das sind irgendwie seltsame Wesen. Die kommen nur nachts raus, die sind sehr bleich und die leben aber in Communities, die eher so ein bisschen mittelalterlich abgebildet werden. Die benutzen auch primitive Maschinen und so. Es ist ein bisschen komisch und der Darstellung aus heutiger Sicht ist irgendwie aus den 50ern das Buch. Aber die Quintessenz am Ende ist im Grunde, dass dieser Wissenschaftler, der versucht, ein Heilmittel zu finden und der die empführt und Experimente an denen macht, um eine Heilung für die Menschheit zu finden, als wahrscheinlich letzter Mensch auf dem Planeten letztendlich quasi begreift, dass dieser Zombie-Virus, diese Veränderung des Menschen einfach die natürliche Progression ist. Und die Welt ist jetzt diese Welt, dieser Monster aus seiner Sicht, dieser Zombies, dieser neuen Menschen. Und er ist eigentlich das Problem, der keinen Platz mehr in dieser neuen Welt hat. Und da wird quasi diese Suche nach dem Heilmittel verändert. Es gibt nicht dieses Happy End vom Wegen, oh ja, jetzt kann ich alle retten, sondern diese Idee von, na ja, es muss niemand gerettet werden. Ich bin der Einzige, der noch irgendwie an der alten Welt festhält und somit das Problem für diese neue Welt. Und das fand ich einen sehr schönen Twist, der leider im Film, in der Filmadaption komplett fallen gelassen wurde. Ich kann euch dieses Buch von Richard Mavon auch unglaublich empfehlen, weil es auch eines der spannendsten Zombie-Bücher ist. Ich finde, Zombie-Filme ist einfach zu finden, Zombie-Spiele ist einfach zu finden, aber versucht mal, gute Zombie-Bücher, jetzt mal abgesehen von den Comics zu finden, da würde ich das noch am ehesten zu zählen mit auch einem hübschen, überraschenden Twist. Lustigerweise, I'm Legend 2 wird jetzt kommen und damit das Ende des ersten Teils halt komplett ignorieren. Ist für mich trotzdem auch so ein interessantes Survival-Blick, aber wenn man weiß, wie viel intellektueller und genialer die Vorlage ist, finde ich es auch so ein bisschen enttäuschend. Es gibt sogar ein alternatives Ende, kann man sich auf YouTube angucken. Das wurde sogar gedreht und das hätte den Film um ungefähr 200 Prozent besser gemacht. Es ist wirklich, wirklich schlimm, dass die sich dann für das gute unter Anführungsstrichen Ende entschieden haben, wo ein Heilmittel gefunden wird und alle sind glücklich. Aber die Zombies sind cool. Die Zombies sind cool. Die haben Charakter und ich finde diese eine Stelle, wo sein Hund, glaube ich, einem Ball hinterher springt und dann sind die, also du musst ja trotzdem tagsüber, weil die sich tagsüber ja nicht zeigen, musst du trotzdem deren Lager meiden und wenn du dich in den Lagern befindest, besteht ja trotzdem die Gefahr immer wieder, dass die aufwachen. Also diese Angst, damit spielt der Film richtig gut, das muss ich ihm zugute halten. Ja, genau. Das Ende macht ihn ein bisschen kaputt, wenn man weiß, wie es hätte enden können. Ich finde es auch total spannend, weil wir haben jetzt viel über Zombiespiele geredet oder Spiele, in denen Zombies definitiv vorkommen oder Variationen von Zombies oder weitergedachte Zombies. Na, auch bei Arm Legends könnte man diskutieren, na, streift das nicht schon eher den Bereich der Vampire und da sind die Grenzen definitiv so ein bisschen fließend. Es gibt ja auch Mythologien, wo Zombies eher als so niedere Vampire dargestellt werden, weil sie halt durchaus sehr ähnliche Wesen sind. Aber ich finde es auch sehr spannend, dass im Grunde in fast jedem Spiel, das ein bisschen eine düsterere Note hat, Zombies in irgendeiner Form vorkommen. Auch wenn wir es jetzt nicht als Zombiespiel begreifen würden. Aber sowohl im Fallout-Universum als auch in Half-Life, in Zelda, es gibt überall in Saints Row the Third und Plants vs. Zombies fällen wir da zum Beispiel noch ein. Ja, das ist ein paar Beispiele. Gibt es halt einfach Zombies als Gegnertyp und als Kreatur und es ist schon fast irgendwie so ein Element, das erwartet man schon fast in den meisten Universen in irgendeiner Form. Es war aber, glaube ich, auch so 2018, 2019 rum war plötzlich diese Übersättigung dessen. Es war gerade auch, glaube ich, mit Days Gone. Last of Us kam schon unglaublich spät 2013. Da ist auch schon dieses Walking-Dead-Fieber wieder abgeflacht und 2019 Days Gone war schon eigentlich viel, 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 viel zu spät. Interessanter finde ich ja da noch den Fall, dass wir nicht nur immer gegen Zombies kämpfen, sondern auch selber Zombies spielen. Du wirst mir wahrscheinlich gerade nicht helfen können. Es gibt tatsächlich einen älteren Shooter, wo man selber einen Zombie spielt, der sogar bei Schaden auseinanderfällt und sich wieder zusammensetzen muss. Meinst du Stubbs? Stubbs the Zombie? Nee, nee, das ist, da spielt man einen Zombie, aber es gibt noch ein anderes Spiel, da spielst du einen Action-Helden, so ein bisschen Alan Wake, äh, nicht Alan Wake, sondern Max Payne-artig und der kann zum Beispiel auch seinen Kopf werfen und so. Das hab ich 2011 auf der Gamescom gespielt, will der Name gar nicht einfallen. Sehr übelst selten, aber wenn wir uns ehrlich sein müssen, in Warcraft 3 kann man sogar ein Zombie-Volk spielen, nämlich die Untoten. Genauso wie die Necrons in Dawn of War. Und das sind mechanische Zombies, ab dem Punkt wird's ja richtig interessant. Ja, das stimmt, die Science-Fiction-Interpretation. Da haben wir ja eben bei Death Space schon diese Alien-Zombies im Grunde, diese komplette Neuanordnung des menschlichen Körpers, der so ein bisschen über Zombies hinweg geht. Wir haben ja auch bei Spielen wie Doom, wo wir tatsächlich eher wieder ins Übernatürliche gehen, haben wir ja auch Zombies, allerdings eben durch Dämonen und die Hölle begründet. Aber es gibt dann eben auch diese elektrischen Zombies, diese gebauten Zombies, die wir zum Beispiel auch in hier... Resident Evil Village. Ja, auch in Village, das stimmt, das geht so ein bisschen in die Richtung Frankenstein. Aber ich meinte jetzt tatsächlich das System Shock, wo ja vor kurzem auch das Remake rauskam, wo wir auch das haben, dass diese KI Menschen umbaut in Zombies. Wir haben in Star Trek natürlich die Borgs, die finde ich auch das Klischee von Zombies komplett erfüllen, die sich unkontrolliert verbreiten, die Menschen gegen ihren Willen assimilierend zu sich machen und die Drohnenarbeit, äh, drohnenmäßig, komplett geistlos ihren Tätigkeiten nachgehen. Also definitiv sind die Borgs-based Zombies, würde ich sagen. Ist auch ein interessanter Bereich, das stimmt. Das hatte ich nicht mal auf dem Schirm, quasi Roboter-Zombies, die durch Maschinen kontrollierte Wesen. Haben wir interessanterweise übrigens auch bei Mr. X, bei den Tyrants, das ist so ein kleiner Resident Evil Lore-Faktor, der wird in den Spielen kaum thematisiert, interessiert auch niemanden, aber die werden durch Chips in ihrem Kopf gesteuert. Das sind im Grunde ferngelenkte Biowaffen, die keinen eigenen Verstand haben. Wir heichseln von einem Thema zum anderen, das ist super schwer, da noch mitzunehmen, aber ich hab's, ich hab's, ich hab's. Die wahrscheinlich modernste Variante eines Zombies, ich persönlich finde es immer interessant, wenn die Zombies noch so einen Hintergrund haben, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich die Monster aus Silent Hill 2 als Zombies definieren würde, rein gegnertechnisch sind sie es definitiv, die haben einen Hintergrund. Bei Evil Within haben wir's wahrscheinlich mit dem komplexesten System jetzt abseits von Dead Space zu tun, denn das ist ja streng genommen, dass Leute an einer Matrix-artigen Computersimulation angeschlossen sind und sobald sie sterben kann, der Wirt oder der, der, der Kontrolleur dieser Simulation, die wiederum als Zombies einsetzen, um Leute in seinem System zu jagen. Also komplizierter geht's eigentlich nicht mehr. Ja, vor allem auch, wenn's um die Darstellung oder die Idee von Zombies geht, da bricht ja The Evil Within im Grunde alle Regeln, weil was im Grunde so breit gefächert Zombies auch immer sein mögen, was wirklich ein Bestandteil ist, den man auf alles anwenden kann, ist der körperliche Verfall. Egal ob die wie in Skyrim die Draugr irgendwie als so verdorrene altes Mumien dargestellt werden oder als relativ frische Leichen mit offensichtlich sichtbaren Wunden, es ist immer der Körper, der verfällt, dieser Body Horror und der ist eben auch ganz stark in Dead Space und so weiter drin und jetzt kommt The Evil Within und hat in seiner Darstellung zwar auch Body Horror, wir haben auch stark entstellte menschliche Körper, aber der Körper ist genau der Aspekt, der eigentlich in The Evil Within überhaupt nicht vorkommt, weil alles, was wir sehen, spielt nur auf einer rein geistigen Ebene. Wir haben quasi diese Verbindung des menschlichen Verstands, der diese virtuelle Welt erschaffen hat und der Körper wird eigentlich von der Story her komplett aus der Gleichung rausgenommen. Das ist nochmal ganz interessant, weil hier geht es nicht um korrupierte Körper, zumindest nicht in der Story, sondern um den korrupierten Verstand, gegen den wir hier eigentlich kämpfen von anderen Menschen. Bisher hat das auch keiner irgendwie mehr getoppt. Wir fangen an bei Virus, der von Menschen gemacht ist oder der quasi in der Natur gefunden worden ist. Ich finde es interessant, dass Obscure als Resident Evil Klon da nochmal so seine eigenen, so eine eigene Hintergrundgeschichte aufbaut. Die ist dann so ein bisschen gespensterig und jetzt haben wir halt so was Sci-Fi industriell und ich glaube, man wird es wahrscheinlich nicht mehr toppen können bis, ja gut, KI hatten wir auch so ein System-Schock. Ich glaube, wir haben alle Ursachen durch. religiös, übernatürlich. Es ist ein spannendes Thema. Da fragt man sich wirklich, was einem noch einfällt. Erregertechnisch haben wir es jetzt dann schon langsam wirklich. Wir haben mit Resident Evil 7, Village und The Last of Us verschiedene Variationen von Pilzen, die irgendwie die Zombifizierung übernehmen. Ja, doch, schon auch. Würde ich schon auch sagen, dass man die Resident Evil 7, die Molded im Grunde auch in den Bereich der Zombies mit reinzählt, weil es handelt sich um Leichen, die aber halt komplett mit Pilz überwuchert sind und schon sehr weird, monsterartig wirken, aber technisch gesehen definitiv Untote und wir haben eben verschiedene Viren, wir haben eben Radioaktivität, den Fallout mit den wilden Zombies, die den Menschen einfach ihr Äußeres und ihren Körper, ihr Hirn vor allem komplett verbrannt haben und mutiert haben. Mir, ich habe da schon oft drüber nachgedacht, ich dachte, ich finde die Interpretation von The Last of Us eben nochmal sehr clever, weil es nochmal ganz was anderes, aber gibt es noch sinnvolle, gute, unverbrauchte Ideen für Zombies, oder sind wir wirklich schon durch, mir wird tatsächlich nichts einfallen, in welche Richtung man noch gehen könnte. Ich finde die Idee, dass man selber einen spielt, noch irgendwie interessant, da fällt mir vor allem das Riri-Spiel ein, The Missing JJ Macfield in the Island of Memories, 2018 erschienen, da spielt man nämlich eine Frau, die ein Zombie geworden ist, um einen geliebten Menschen zu finden und ihr Vorteil ist, sie ist halt untot und kann halt deswegen alles überleben, ist halt auch Gaming-Technik eine absolut kluge Idee. Wir haben noch nicht über Dark Souls geredet, in denen wir streng genommen auch ein Zombie spielen, das sogar ein Gameplay-Technisches Element ist und absolut Sinn macht. Aber ja, super schwierig, neue Gegnertypen, also Gegnertypen- Ängste, wie du das ja schon sagtest, hängt ja immer vor allem damit zusammen, wovor fürchtet sich der Mensch. Das meinte Stephen King auch, eigentlich behandeln Medien immer nur das, wovor wir uns fürchten, dann ist es entweder sind es Biowaffen, das ist der Terrorismus. Ich denke mal, es wird vor allem so Richtung Internet gehen, dass wir vielleicht auch so eher so virtuelle Gegner haben. Haben wir irgendein Spiel, das das schon aufgreift? Virtuell, jetzt mal abgesehen von The Evil Within. So richtig virtuell. Richtig virtuell. Ich meine, es gibt ja auch in der Mythologie von Cyberpunk diese alten KIs, die irgendwie das, so den, ich weiß nicht mehr, wie es im Spiel genannt wird in der Lore, aber es gibt quasi so diesen ungesicherten Bereich in deren Version vom Internet. Es gibt so dieses sichere, um das sind feste Mauern gebaut, aber wenn man sich da rauswagt als Hacker, dann begibt man sich so in das super gefährliche Land voller Rogue AIs und super gefährlicher digitaler Wesen, die deinen eigenen Verstand komplett kaputt machen können. Das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, aber ich sage, es wird virtuell, es wird irgendwas mit KI sein. Ja, bis wir dann den, also dass man im eigenen Hirn kämpft oder es gibt gar keine Ursachen mehr, weißt du, du kämpfst gegen irgendwas, was gar keine Erklärung hat, in irgendwas, was keine Erklärung hat. Ob dann die Leute noch einen Bezug aufbauen können, ist schwierig, aber wir sind ja mittlerweile dadurch viel gewohnt und es müssen halt immer auch neue Ängste kreiert werden. Erstens kommen halt immer neue und zweitens müssen wir uns halt auch immer die wiederum in den Medien verarbeiten. Also den Shooter, über den du vorher geredet hast, den kenne ich leider nicht. Das würde mich tatsächlich interessieren, was das ist. Undead, undead irgendwas. Es darf nicht wahr sein. Ja, ich suche es raus. Sagt mir leider nichts. Aber über ein Spiel, in dem man eben auch ein Zombie spielt in der Hauptrolle, hätte ich auch noch gern gesprochen, nämlich eben Stubbs the Zombie. Das ist ein Spiel, das behandelt das Thema eher so ein bisschen humoristisch. Das hat auch vom Optischen her so ein bisschen einen Comic-Stil. Und das ist leider tatsächlich eher so ein mittelmäßiges Spiel. Das kann man jetzt gar nicht großartig empfehlen. Außer eben wegen der sehr interessanten Perspektive, dass wir selber eben der Patient Zero sind. Wir sind quasi das erste oder der erste Zombie in dieser Welt. Und unsere Aufgabe ist es, den Zombie-Virus zu verbreiten und alle zu Zombies zu machen. Und das Spiel besteht aus verschiedenen Leveln. Die sind oft so ein bisschen so kleine offene Welten einfach. Oft gibt es Gegner, die wir bekämpfen müssen. Menschen mit Schusswaffen, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen. Oder auch so kleine Rätselpassagen, wo wir die Fähigkeiten unseres Zombies nutzen müssen. Wie zum Beispiel, dass wir unsere Hand vom Körper abtrennen können und dann krabbelt die Hand so eiskaltes Händchen mäßig über Wände und Decken und kann durch Lüftungsschächte, um irgendwelche Knöpfe zu drücken. Und wir können unseren eigenen Kopf als Bowlingkugel benutzen und alle, die wir damit anrollen, werden gebissen und werden dann zu Zombies, die wir auch kommandieren können. Oder es gibt so Level, wo wir uns nachts im Maisfeld verstecken müssen, weil die Farmer mit ihren Schrotflinten auf der Jagd nach uns sind. Und dann, die sind halt sehr tödlich. Man muss immer wieder dann so die heimlich im Maisfeld anfallen und reinziehen und zombifizieren. Echt ein cooles Spiel mit ziemlich vielen coolen, lustigen Ideen. Aber wie gesagt, leider halt nur so mittelgut umgesetzt. Aber das finde ich sehr spannend und eine sehr spannende neue Perspektive, die mir sehr gefallen hat. Und das ist ein interessanter Aspekt, der finde ich fast viel zu selten aufgegriffen wird. Ich wäre gerne öfter mal der Zombie anstatt der, der die Zombies zerstückelt links und rechts. Mit den beiden, also mit den Zusammenarbeiten. Ich meine gut, Zombie U zum Beispiel, solche Spiele, wo man auch die Seite der Zombies halt spielen kann, die gehen in die Richtung. Wir haben auch öfter halt Spiele, in denen wir selber infiziert werden. Da finde ich zum Beispiel Dead Island 2 geht es nicht weit genug. Das ist jetzt vielleicht ein Minispoiler, aber wir sind tatsächlich ja infiziert und können ja sogar eigene Zombie-Kräfte entwickeln. Aber dass man beispielsweise mit Zombies zusammenarbeitet. Gut, dann werde ich ja wahrscheinlich wieder ein altes Beispiel ausgraben. Wenn man ein Necromant in Diablo ist, ist man streng genommen auf der Seite der Zombies und kann diese Armeen von Untoten anführen. Das stimmt, das ist nochmal so. Technisch gesehen habe ich recht. Ja, ja, das stimmt schon. Ich möchte noch erwähnen, Call of Duty hat es geschafft, eine Version von FeindInnen zu erschaffen, bei der man überhaupt gar keine Skrupel haben muss. Es sind ja in ihren Zombie-Modi nicht nur untote Zombies, also nicht nur Zombies, sondern Nazi-Zombies. Ja, so besser geht's gar nicht. Das ist natürlich noch besser, genau. Das ist nicht nur diese Entmenschlichung durch den Zombie-Virus, weil es sind ja jetzt Monster, sondern es waren ja auch vorher schon Monster. Ist ja scheißegal. Es sind Monster, die zu noch größeren Monstern geworden sind. Das ist natürlich großartig, das stimmt. Ich habe es rausgefunden, wie es heißt. Never Dead heißt das Spiel, erschienen für Xbox 360. Das sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Ah ja, da sind wir eine sehr menschliche und sehr coole Version eines Zombies. Im Grunde sieht er aus wie ein normaler Mensch mit einem leuchtenden gelben Auge. Okay, okay, okay. Muss ich mir mal anschauen. Das klingt auf jeden Fall so was finde ich immer interessant. Aber gut. Ich finde es auch sehr interessant, wie viele Spiele, in denen man es wirklich nicht vermuten würde, du hast eben schon Call of Duty genannt, wo es vielleicht noch am ehesten nahe liegt, plötzlich mit Zombie-Spin-Offs oder Zombie-DLCs oder Zombies als Gegnertypen einhergehen. Ich habe ja vorher schon genannt Saints Row the Third. Ist ja so ein Gangster-Spiel, so ein bisschen eine Überspitzung von GTA. Wir haben so eine offene Welt und wir haben schon auch sehr übermenschliche Kräfte und chaotische Waffen und es gibt schon fast comicartige Gegnertypen, die so ein bisschen wie Bane aus Batman wirken und ganze Autos wegkicken können. Das ist schon sehr over the top. Aber trotzdem hat es mich sehr überrascht, als dann plötzlich im letzten dritten des Spiels ein Flugzeug vom Militär mit geheimen Forschungsobjekten abstürzt und ein Bereich des Spiels zu einer Insel plötzlich in ein Zombie-Gebiet verwandelt wird. Und plötzlich sind da eben überall statt normalen Passanten oder Gangstern oder was auch immer, sind da plötzlich Zombies, die ihr Unwesen treiben. Das war schon mal ein ziemlich schöner Twist, so mitten im Spiel. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz skurrile Beispiele, wie zum Beispiel die Yakuza-Reihe, die plötzlich auch mit Yakuza Dead Souls ein eigenes Spiel gemacht hat, wo man die ganzen Yakuza-Charaktere in der Zombie-Apokalypse spielt und plötzlich Zombies verprügelt und erschießt und es ist so Gangster gegen Zombies so ein bisschen. Und dann ist natürlich noch legendärerweise Red Dead Redemption mit seinem eigenen Zombie-Add-On dahergekommen oder Standalone-Add-On, in dem der wilde Westen plötzlich zur Zombie-Apokalypse wird, was ich sehr cool finde. Und das ist, finde ich, noch ein bisher ein bisschen ungenutztes Potenzial, das ich sehe, dass man Zombie-Apokalypsen in verschiedenen Zeiten darstellt, weil das gibt es tatsächlich nur relativ wenig. Wir befinden uns meistens in der Moderne und ich glaube, da steckt noch Potenzial drin. Ich glaube, mir fällt da sofort Dishonored 2 ein. Du hattest in Dishonored 1, hattest du die Rattenplage und in Dishonored 2 hast du so eine Seuche. Und da gibt es auch tatsächlich infizierte Gebiete und ich finde sowieso, Dishonored hat einen interessanten Clash aus, es ist ja kein Steampunk, es ist Wall-Punk, weil es irgendwie auf Wahlflüssigkeit basiert. Dann hast du aber auch sehr, sehr moderne Probleme, weil ich oft bei diesen Genres das Gefühl habe, dass die zu sehr ins Euphorische, ins Kitschige gehen und da ist Dishonored ein schönes Beispiel, auch gerade für solche Düsteren. Die haben auch Zombies, aber man würde nicht drauf kommen, weil sie nicht als Zombies benannt werden, aber sie verhalten sich genauso und sie werden auch genauso getötet. Überall sind sie, überall. Da finde ich eben Eternal Darkness ein schönes Beispiel dafür, das zeigt, was da für Potenzial drinsteckt, weil da bekämpfen wir im Endeffekt auch Zombies, zumindest als Standardgegner, die es in verschiedenen Variationen gibt, die da eben auch auf so einen Cthulhu-Mythos eher zurückzuführen sind. Und da spielen wir ja quasi eine Kampagne durch die Zeit hindurch, also von der menschlichen Antike bis hin in die Moderne. Und da haben wir eben auch Level im Mittelalter oder eben im, ich kann es zeitlich gar nicht einordnen, aber wir haben auch Zeiträume vor Christus und so weiter mit römischen Legionären oder ähnlichen historischen Punkten. Und dadurch variiert halt von Level zu Level auch stark die Bekämpfung der Zombies und dadurch auch der Action-Grad hinten raus, wenn wir in die Moderne kommen und moderne Waffen haben, nimmt dann auch die Gegnerzahl zu. Das ist dann vielleicht, sind auch vielleicht nicht mehr die besten Passagen des Spiels, aber es ist schon okay irgendwie für die Abwechslung. Aber da finde ich es eben schön, dass wir eben mit einem Legionär mit seinem Kurzschwert gegen Zombies kämpfen und dass da eben auch die Zerstücklung eine Rolle spielt, weil wir die Zombies quasi entwaffnen können, indem wir ihm Arme oder Köpfe abhacken, die aber trotzdem teilweise weiterleben. Und dass diese Idee, die ja auch so ein bisschen, na wie hieß das Spiel von den Dead Space-Machern, das nicht so gut war? Kalisto-Protokoll. Kalisto-Protokoll. Hat ja auch diese Idee genutzt von, du musst gegen diese Kreaturen in den Nahkampf und darfst sie nicht fernhalten. Das ist ein interessantes Experiment. Wir haben gelernt, das nimmt dem Ganzen eher den Horror, als dass es es schlimmer macht, aber fand ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz damals, dass man eben den Nahkampf gegen diese Kreaturen suchen muss, weil du gar keine andere Wahl hast, was man ja eigentlich eher vermeiden will in solchen Universen. Und ja, für Resident Evil 2 ist gerade ein interessanter Mod in Arbeit, der soll Resident Medieval heißen. Und da geht es im Grunde auch darum, dass wir einen mittelalterlichen Ritter in einer mittelalterlichen Zombie-Apokalypse spielen. Ich mag solche Settings definitiv und würde davon gerne mehr sehen. Ist ja mal was anderes, weil ich denke auch an der Billions, wo du in so einer Post-Apokalypse aber irgendwie so Sci-Fi-Mag-mäßig bist, dass du dich in deinen Ultra-Sci-Fi-Bogen verstecken kannst, aber jeden Tag halt viel, viel größere Wellen dich angreifen. Ist halt auch witzig, weil sobald halt nur ein Zombie ein Haus von dir erwischt und auch nur einen Bewohner, eine Bewohnerin beißt, hast du verloren. Das finde ich an dieser Wellenabwehr so interessant, dass auch nur ein einziger Zombie dir alles zunichte machen kann. Und mir ist tatsächlich noch ein Beispiel eingefallen, wo wir streng genommen, wir sprengen ein Monster, aber auch irgendwie ein Zombie, Prototype 2. Wir spielen in Prototype 2 ja auch irgendein virusverseuchtes Monster, das aber Kontrolle über seine Fähigkeiten hat. Während halt alle anderen halt einfach nur Zombies sind, die in ihren Quartieren gehalten werden. Das ist auch so ein bisschen so ein Trope in Resident Evil mittlerweile. Da spielen wir sehr oft Figuren, die auch mit irgendwas infiziert wurden, die aber zufällig durch Glück oder durch experimentelle Heilmittel eben einfach nur Superkräfte bekommen haben, aber keine negativen Erscheinungen davon tragen. Ja, gut. Aber technisch gesehen, das finde ich ja auch ganz spannend, revealed ja uns auch Resident Evil Village, dass unsere Hauptfigur aus dem siebten und achten Teil Ethan schon ziemlich am Anfang vom siebten Teil gar nicht mehr Ethan ist, sondern eine Kopie von sich. Ein Wesen, dessen Zellen eins zu eins kopiert wurden von diesem Pilz. Und im Endeffekt spielen wir einen Pilzzombie, ein Pilzmonster mit übermenschlichen regenerativen Fähigkeiten und Durabilität und so weiter. Das Spiel kommuniziert uns das aber sehr lange nicht. Das fand ich auch einen sehr interessanten Plottwist. Vor allem, vor allem er verliert seine Hand, setzt sie mit ein bisschen Desinfektionsmittel wieder an und macht halt weiter. Und wir alle stehen dann und denken so, Ethan, möchtest du uns das noch irgendwie erklären? Nö, nö, passt schon. Ja, wir haben ja in der Welt von Resident Evil dieses grüne Kraut, das alles heilen kann. Insofern hat man das nicht so stark in Frage gestellt, finde ich. Aber es ist halt noch was anderes, einen Lebensbalken wieder aufzufüllen oder sich einfach eine Hand wieder anzusetzen. Deswegen ergibt im Nachhinein total viel Sinn. Aber ich muss so vieles an Resident Evil Village kritisieren, aber die Auflösung fand ich wirklich sehr, sehr gut. Doch. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Es ist ja das allerlustigste, gerade in Village, ey. Als ihm da die Hand von Dimitrescu an einer Stelle abgeschlagen wird, bleibt halt einfach quasi die Kleidung, so der Kragen von seinem Hemd und seiner Jacke an der abgetrennten Hand hängen. Und wenn er sich dann die Hand wieder ansteckt, wächst auch seine Kleidung wieder zusammen. Das ist einfach auch in der Darstellung echt ein bisschen. Naja, das meinte ich ja. Meinte ich ja. Aber stimmt, dass die Kleidung auch anwächst, da muss man, gut, er besteht aus dem selben Material. Für uns sieht es halt nur noch was anderem aus. Aber es ist einer der, aber Resident Evil lässt so was durchgehen. In jedem anderen Spiel wird man gefragt, okay, das ist jetzt trashig. Aber Resident Evil hatte ja sowieso immer schon so ein bisschen den Hang zur Trashigkeit, bis es halt sein eigenes Universum aufgemacht hat und wir es nicht mehr gemerkt haben. Aber das war ja ursprünglich an sich eine Parodie von Zombiespielen, was man irgendwie im ersten Teil noch anmerkt, bis er sich halt irgendwie immer ernster nimmt, aber gleichzeitig sich auch selbst verarscht. Das ist eine ganz interessante, witzige Variante. Ich glaube tatsächlich, der erste Teil hat sich noch ernst ausgenommen, war aber so trashig, dass dadurch so ein gewisser campy Charme entstanden ist. So diese unfreiwillige Komik. Die Cutscenen sind halt einfach unglaublich lustig und so viele Sätze und so viele Dialoge, weil sie so unnatürlich und weird sind, sind so legendär. Es gibt aus dem ersten Teil so viel Zentate, weil einfach die SynchronsprecherInnen-Leistung auch so durchwachsen ist und die Dialoge so schlecht geschrieben sind. Und weil es so unnatürlich wirkt, wie Barry über der Blutpfütze kniet und sagt, blood. Und dann sagt Jill, what is it? Und dann sagt er, I hope it's not Chris's blood. Und die ganzen Dialoge wirken so wacky. Das hat einen gewissen Charme. Und ich glaube, viele nachfolgende Resident Evil-Spiele haben teilweise versucht, diesen Charme zu reproduzieren. Ob jetzt absichtlich oder nicht, weiß ich nicht. Aber es war immer so ein bisschen, wir nehmen uns nicht wirklich ernst. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Es ist alles irgendwie ein bisschen wacky und blöd und over the top und lustig. Und ich glaube wirklich, eins der größten Probleme von Resident Evil 6 war, dass die gemeint haben, jetzt nehmen wir unser Universum und uns komplett ernst und machen eine super komplexe politische Geschichte mit ganz viel Fraktionen, die irgendwie ihre eigenen Motive haben und unsere Figuren sind verwickelt. Und Chris ist voll der gebrochene Held, weil er so viele Leute verloren hat und leidet darunter und ist Alkoholiker und alles ist jetzt ganz ernst und erwachsen. Und das passt einfach zu Resident Evil absolut nicht. Ich will Resident Evil mit Roundhouse-Kicks wacky Zombies kaputt hauen und Köpfe platzen und nix macht Sinn und es ist alles wurscht. Hauptsache wir haben Spaß und wir haben cooles Gegner- Design und wir haben gutes Treffer- Feedback und wir haben viele kreative Ideen. Aber eine ernste, komplexe Story ist das Letzte, was ich in Resident Evil 4 will. Umso lustiger, dass ja Leon S. Kennedy im Remake von Teil 4 am Anfang in seinem Intro übelst gebrochen von den Ereignissen ist und dann sobald er im Auto sitzt, so und jetzt mal wieder zusammenreißen und das gesamte Spiel über wieder total eindimensional bleibt. Also das ist auch großartig. Man kann es auch hintenrum versuchen. Ich finde das auch echt interessant, weil ursprünglich war die Idee von Leon in Resident Evil 2, dass die quasi das Spiel dadurch gruseliger und intensiver machen wollten, dass die einen sehr viel schwächeren und weicheren Protagonisten einführen. Im ersten Teil haben wir Chill und Chris. Das sind halt zwei Elite-SoldatInnen und Elite-PolizistInnen und gehören zur absolut krassesten Einheit überhaupt und die schießen sich halt durch die Bio-Waffen wie sonst noch was, weil die haben halt voll das Elite-Training und sind die krassesten überhaupt. Und im zweiten Teil wollte man eben diesen Neuling einführen, diesen schmächtigen Kerl, diesen jungen Kerl, der keine Erfahrung hat, der seinen ersten Tag als Polizisten antritt, frisch von der Akademie und der jetzt diesen Zombies ausgesetzt ist. Und dadurch wollte man die Zombies bedrohlicher und gefährlicher machen, indem man die Hauptfigur entmächtigt. Und Claire, also das Gegenstück zu Leon in Resident Evil 2, ist ja auch Zivilistin, ist die kleine Schwester von der Hauptfigur aus dem ersten Teil. Die hat von ihm so ein bisschen was gelernt, aber die sind halt schwach. Und diese Zombies sind daher eine ganz andere Bedrohung als im ersten Teil, wo wir eben dieses Elite-Team haben. Und das ist aber in Horrorspielen, in Zombiespielen überhaupt, glaube ich, auch sehr wichtig, je nachdem, wie sehr man die Gefährlichkeit der Gegner justieren will, wie stark macht man die Hauptfigur. Und das muss sich gar nicht im Gameplay auswirken, das reicht in der Darstellung. Und wenn wir halt in Silent Hill, auch wenn wir schon gesagt haben, ob wir da noch von Zombies reden können, ist fraglich. Aber wenn wir halt in Silent Hill irgend so einen Harry oder irgend so einen James spielen, die halt einfach nur normale Leute sind, die mit ihren Brechstangen durch die Straßen ziehen, ist das halt vom Gefühl her ganz was anders, wie wenn wir uns mit mittlerweile auch schon Actionheld Leon S. Kennedy im vierten Teil mit der Schroppflinte durch Massen von Gegnern ballern. Definitiv. Weshalb auch für mich Resident Evil immer die angenehmere Horror-Reihe ist und Silent Hill tatsächlich einfach die unangenehmere. Aber das sind halt zwei verschiedene Auffassungen von Horror, ob es ja der Body-Horror oder der psychologische Horror eben ist. Oder wie man seinen Zombie halt haben möchte, geschüttelt oder gerührt, ne? Ja, genau. Wie auch in Dead Space, wo wir auch den Mechaniker spielen und nicht irgendeinen Space-Elite-Soldaten, bis dann im dritten Teil ist. Aber gut. Ist aber tatsächlich in seiner Situation das Beste, was er hätte sein können, weil er tatsächlich wie ein Hausmeister da kommt und ja, okay, ich versuche den ganzen Laden zu reparieren. Und das finde ich auch super witzige Narrative, dass sobald er auf einer Station irgendwas repariert, er wieder per Funk Bescheid bekommt. Übrigens, jetzt fliegt aber das Lebensmittellager in die Luft und er sich denkt, okay, ich kümmere mich drum. Ja, das ist so super. Das ist total lustig, dass der Antrieb des Spiels ist, wir gehen von A nach B und reparieren Sachen. Aber zweitens finde ich eben auch schön, dass zufällig in dieser Art der Zombie-Apokalypse, wo das Abtrennen von Körperteilen das Wichtigste ist, was ja so ein alter Zombie-Trope ist, ne? Die Zerstörung des Kopfes oder Abtrennen des Köpfes, dass zufälligerweise sein Hausmeister-Werkzeugkasten genau die richtigen Werkzeuge hat, um das zu vollführen. Und die militärischen Waffen gar nicht so gut drin sind, wirklich gezielt Körperteile abzutrennen. Das macht sein Plasmaschneider schon sehr viel effektiver. Das ist schon echt ein schön gecraftetes Universum um diese Figur des Mechanikers rum. Ja, man muss ja nur wissen, wie man das Zweck entfremdet, was uns letztendlich ja Dead Rising vor allem gelehrt hat, ne? Das ist ja, denke ich mal, das eines der buntesten Spiele mit den wirklich kreativsten Zombie-Waffen, Tötungsmaschinen. Auch wenn es dann echt ein bisschen langweilig wird, muss ich sagen. Also das Zombie-Töten muss irgendwie seinen Grund für mich haben, weil irgendwann reicht's auch, weil ich hab ja gerade mein hohes Ziel und das Töten wird dann irgendwann ziemlich belanglos. Zombie-Apokalypsen sind ja auch im Grunde, würde ich fast sagen, vielleicht nicht das einzige, aber schon ein sehr plausibles und sehr nachvollziehbares Setting, wie man so ein Survival-Crafting-Gameplay in der Moderne etablieren kann. Deswegen haben wir ja auch im Grunde, mir fällt dir irgendein Crafting-Survival-Spiel in der Moderne ein, das ohne Zombies auskommt, ohne Zombie-Apokalypse. Wir haben vielleicht noch so ein bisschen die Narrative. Ja, aber auch da sind überall Zombies. Das ist halt nur ein einziger Gegnertyp. Also du willst jetzt von mir ein Survival-Spiel haben, in dem keine Zombies vorkommen. Forest. The Forest hat Kannibalen, aber keine Zombies. Ja, genau. Da wollte ich eben auch gerade sagen, The Forest hat halt noch so dieses, man ist nicht in der postapokalyptischen Zivilisation, sondern getrennt, abgeschieden von der Zivilisation in einem unbekannten Wald oder so. Und Kannibalen sind technisch gesehen keine Zombies, aber ja. Es ist halt immer eine Zombie-Apokalypse, ist gleichzeitig gegenüber Zombies ein dankbarer Gegner, eine Gegnerin. Und eine Zombie-Apokalypse ist auch ein dankbares Universum, weil es halt permanent bedrohlich ist. Sonst musst du halt nach Rapture in die Unterwasserstadt oder du musst auf eine Raumstation, aber man muss dich an irgendeinen Ort bringen, an dem es gefährlich ist, oder du machst bekannte Orte eben gefährlich. Und das ist halt in dem Fall die Zombie-Apokalypse. Ja. Weil du gerade noch Kannibalismus angesprochen hast, das finde ich noch einen ziemlich witzigen Fun-Fact, weil Stubs the Zombie, dieses eher lustige, comic-hafte Zombiespiel, von dem ich erzählt habe, wo man seine eigene Zombie-Armee machen muss, das wurde im US-Senat anscheinend sehr heiß diskutiert und war da ein sehr großes Thema, weil einige US-SenatorInnen Angst hatten, dass das Kannibalismus unter Kindern fördert. Es ist schon nicht mal mehr infizierend, dass man von einem Zombie gebissen wird, man muss nur einen Zombie spielen, um sich zu infizieren. So weit sind wir schon, ja. Genau. Und dann fängt man an, Menschen zu essen, weil man in einem Comicspiel Zombies gespielt hat. Ja. Ja, gut. Ist auch ein bisschen ein Kind seiner Zeit, diese Art der Perspektive auf Videospiele. Das war auch gerade so die Killerspiel-Debatte. Da war so ein Spiel, in dem man plötzlich andere Menschen beißt. Anscheinend ganz problematisch. Aber finde ich einen sehr lustigen Fun-Fact dazu. Hast du zum Abschluss einen Lieblings-Zombie? Denn ich habe tatsächlich einen. Einen Lieblings-Zombie? Oh, das ist schwer, muss ich sagen, weil es gibt so viele tolle Zombie-Variationen. Fang du mal an und ich überlege kurz. Es wäre eigentlich ein witziges Video für dich, wenn du mal ein Video machst, in dem du alle Zombies besprichst. Und das wird wahrscheinlich ewig dauern. Und dann machst du ein Ranking draus. Aber ich komme zu meinem Zombie. Ich kenne seinen Namen nicht. Wahrscheinlich kennst du ihn. Das ist aber tatsächlich der Gliedmaßen-Zombie aus Dead Space, wo, wenn sobald du ihn auch nur irgendwie abtrennst oder auseinanderschießt, dann fängt dich an, jede Extremität an, anzugreifen. Und ich hasse diesen Gegner, aber ich habe Respekt vor ihm. Und das ist mein Lieblings-Zombie, weil er mich einfach am meisten nervt. Ja, der ist ziemlich cool. Das stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Trope. In dem Fall jetzt in Dead Space sind es die einzelnen Körperteile, die ich angreife. Es gibt ja auch oft so diese infizierten Zombies, in denen irgendwas anderes wohnt. Zombie-Wespen, Zombie-Spinnen, was auch immer. Und wenn du auf den schießt, dann platzt er auf und das ganze Kleinzeug kommt raus. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Sehr nervig. Ich kann dir auf jeden Fall spontan sagen, was für mich die absolut nervigsten Gegner überhaupt sind. Und das sind die sehr, sehr schnellen Zombies. Also nicht unbedingt die rennenden, sondern wie wir es in Dead Space eben haben, die Twitcher, wie sie heißen, die mit so einem Zeitkrümmungsgerät irgendwie verschmolzen sind. Und deswegen so ruckartig sich fast schon auf dich zu teleportieren. Und im Resident Evil 4 Remake haben sie ja ähnliche Gegner eingeführt, dass wenn diese spinnenartigen Plagger auf die Rücken der normalen Plagger sich festsetzen, werden die auch super übernatürlich schnell. Sowas nervt mich immer. Aber ich glaube wirklich fast, mein Lieblings-Zombie ist tatsächlich, glaube ich, das ganz Klassische. Das ganz Klassische. Ich finde am schönsten dargestellt wirklich im Resident Evil 2 Remake-Zombie. Weil so sehr ich Resident Evil 4 liebe, und das ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten und hat mich damals wie heute unglaublich beeindruckt, habe ich von Resident Evil 4 bis Resident Evil 7 den ganz normalen klassischen Zombie schon sehr vermisst. Und ich war echt froh, den so schön abgebildeten Resident Evil 2 wiederzusehen. Das war wie so ein Klassentreffen, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Endlich sind sie wieder da. Die ganz klassischen Zombies, keine Pilzmonster, keine rennenden Zombies. Einfach diese ganz klassischen verwesenden, hirnfressenden Leichen. Wobei im Resident Evil Kanon sind es ja eigentlich keine Leichen, sondern erkrankte Menschen. Aber gut, Untote in dem Fall gibt es ja nicht, aber wirken halt ganz stark so. Und da habe ich mich sehr gefreut. Und ich muss schon sagen, das ist glaube ich tatsächlich einfach nur der ganz normale, langsame, beißende Zombie. Der gefällt mir schon glaube ich am besten. Du hast deinen Standard-Zombie am liebsten, ne? Ganz einfach, ganz sportlich. Ich höre mir jetzt lustig vor, wenn du auf den Zombie triffst und der dann ganz normal ist und du dann sagst, hoch, endlich wieder einer der alten Schule. Es freut mich. Ich kann diesen ganzen neumodischen Kram überhaupt nicht mehr ab. So ein bisschen war's. So ein bisschen war's. Ich glaube, ohne die Variation und die Vielfalt wäre der gute alte Zombie nicht so besonders wie er ist. Aber der ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten. Und da ist es schön, dass er wieder da ist. Ein Hoch auf die Zombies. Definitiv. Na schön, Leute. Dann schreibt mir bitte sehr gerne eure liebsten Zombies in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Es gibt bestimmt viele Zombie-Typen oder vielleicht auch ganz explizite Zombies aus gewissen Spielen, die ich gar nicht auf dem Schirm habe bei dieser spontanen Frage. Sagt uns gerne Bescheid, welchen Zombie ihr am liebsten mögt und welches Zombie-Universum ihr am liebsten mögt. Beziehungsweise gehört ihr vielleicht auch zu den Leuten, die Zombies schon einfach nicht mehr sehen können, weil sie so omnipräsent sind. Dazu gehöre ich übrigens nicht. Wie geht's denn dir da? Ach, Zombies gehen immer, ne? Ich meine, manchmal kommen zu viele Zombies und dann, wenn wieder mal ein bisschen Ebbe herrscht, dann kann man sie mir wieder bringen. Und Resident Evil darf sowieso immer zu Zombies kommen. Eben. Nee, sehe ich auch so. Zombies werden nie alt. Schaut gerne bei Coffee Cake & Games vorbei. Dort könnt ihr eben sehr viele andere Podcasts zu den verschiedensten Themen hören. Wie gesagt, ich verlinke euch einige interessante Sachen, die euch wahrscheinlich auch interessieren, wie Resident Evil und so weiter unten in den Shownotes. Hört da gerne mal rein, wenn ihr es nicht schon getan habt und lasst da auf dem Kanal ein Abo da und hört euch gerne mal durch die sehr coolen Folgen durch. Und auch dieses Video hier dürft ihr gerne liken und abonnieren. Ist natürlich, freut mich natürlich auch, wenn Let's Good Bird Rider weiterhin wächst und gedeiht. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.